Dieses Büchlein verrät dir alles Wissenswerte darüber, wie man im Geschäftsleben vorankommt. Wie man Geschäftspartner täuscht, mit wem man ins Restaurant geht, wie man Kontakte erwirbt, wie man Versager vermeidet, wie man, wie man die richtige Firma aussucht. Rosemary Pickington, sehr freut. Hi, Mr. Finch fängt auf der Poststelle an, wenn ich nicht bald nen Kaffee trinke. Mr. Gatch wird den jungen Mann hier als stellvertretenden Abteilungsleiter zu sich holen. Du bist Sprosse für Sprosse, die Erfolgsleiter emporgeklettert, es sei denn, du bist Chef der Werbeabteilung. In diesem Fall sitzt du tief in der Patsche. Du wärst gewonnen und schon fängt zart. Ein ehrgeiziger Wursche wie du hat keine feste Braut, nicht wahr? Ich hab Augen im Kopf, Freundchen! In diesem Club zu sein, immer den Partner ein, bringt dich und jeden Mann voran.